Musik 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 Ich habe ein Problem mit dem Deutschen, du empfiehlt einer Zigarette Nein, du bist bei einer Zigarette der Chick der Schlagg Was ist das? Er hat in der Hause mehr Fliegen wie eine Zigarette Und das ist das Problem Er hat mit einem Namen wie das die Welt dependent aus dem Boden und sie war dann mit Chinesen und triebte wie die Tiere durch eine Zigarette und habe es gesagt Nein Es ist das simpel, wenn es keine Sport between sondern wir haben einfach mehr eine Zigarette Der tóberk von der Zigarette Das heißt, es gibt nicotin, eine substanze, die eine Dependente ist. Das heißt, wenn wir die Zirpe nicht sagen wollen, dann wollen wir die Zirpe nicht aufzunehmen, weil wir die Zirpe nicht aufzunehmen. Die Zirpe wissen, wie ist der Alkohol, weil der Wein, der Wein nicht hilft. Die Zirpe nicht hat, weil die Zirpe nicht aufzunehmen. Die Zirpe nicht aufzunehmen. Die Zirpe nicht aufzunehmen. Die Zirpe nicht aufzunehmen, sondern sie können es nicht aufzunehmen. Ja, wenn wir die Zirpe nicht aufzunehmen, weil sie, zum Beispiel, viel Alkohol und Zirpe nicht Das ist ein guter Mensch. Vielleicht ist es ein guter Mensch. Also, diese Person mit der Zigaretten und Alkohol im Haus. All das ist der wichtigste Sache. Sie blüht, Sie wollen viel Spaß mit dem Haus, Sie haben viel Arbeit, Sie haben eine Kugina, zum Beispiel, ist gut. Genau das ist, dass Sie zum Beispiel mit dem Computer und dem Telefonin haben. Sie haben immer mehr mit dem Telefonin oder mit dem Computer. Sie haben immer mehr Zeit, weil Sie wissen, dass sie das Kugina, weil sie mit anderen Hobbys und wollen nicht mehr von der Familie oder Kollegen kommen. Sie haben alle Dependenz. Sie haben die Drogen, dass die Kugina, Telefonin oder Alkohol oder Zigaretten in denen sie verabschieden sind, weil sie die Drogen sind, die die Drogen sind, die die Drogen sind. Die Drogen sind nicht mehr, weil sie die Drogen sind, sie haben sie zu sehen. Sie wissen, sie müssen sie zu sehen. Sie müssen die Drogen, die Drogen sind. Aber wichtig ist, dass eine Drogenwende eine Drogenwende ein guter ist. Propie Esserdependenz eine Malzogne, nur, dass wir seit Jahren in der Scotch-Authers Malzogne sehen. Ja, das muss man schon denken. Für mich nicht füme ich, aber ... Alkohol ... Ja, das ist alles drin. Hier drin eine gute Scheine, auch drin eine Festine. Das ist alles drin. Dann kann ich schon sagen, dass man ein bisschen in Alkohol schlägt. Aber ... Es ist klar, die Regeln für die Jugendlichen zu Hause ist kein Alkohol. Aber ich sage, dass es für mich ist, es gibt eine Regeln, es gibt noch eine Schwierbarkeit, es gibt noch eine Schwierbarkeit, es gibt noch eine Schwierbarkeit. Und dann kann man die Schwierbarkeit auch immer noch die Schwierbarkeit und es gibt noch mehr Schwierbarkeit. Alkohol. Und hier, es gibt noch keine Schwierbarkeit. Und dann kann man sich auch depender. In Schweiz, es gibt noch über 300.000 Menschen die Alkohol dependeren. Und in 13 Jahren weiß man jemanden mit einem Problem mit dem Leben. Das kann sein, die Frau. Das kann sein, die Frau. Das kann sein, die Frau. Die Frau. Die Frau. Die Frau. Wie gesagt, dieser Papa und ihre Mama brauchen die Alkohol und sie sind für die Jahre lang zu tun. Aber das ist der einzige Moment, wenn es in dieser Situation wäre gereah. 100.000 Menschen in der Schweiz mit den Genitern haben Probleme mit Alkohol und anderen Drogen. Das bedeutet, dass die Genitern auch Alkohol brauchen zum Beispiel sich vergeben oder die sondern wir haben immer noch eine Art und eine Wohnung. Dieses Thema ist für dich, sondern für deine Eltern. Aber ignorieren muss auch die Branche in Ordnung. Deswegen gehen Sie auf die Gute. Vor allem, eine Woche mit dem Boot, wie mit dem Tag. Gehen Sie zum Beispiel mit deinem Magistrat oder jemandem, mit deinem Großviedenstitzen. Und die Kinder sagen, was uns auf dem Kopf geht. Und wenn du nicht willst, wenn du jemanden kennst, kannst du telefonieren auf die Nummer 147 oder auf die Internetseite. Hier kannst du dir schreiben mit einem Lied, sondern dir deinen Namen und dir als Experte sind präzise, was du für dich erzählst, aber auch deine Familie. Bei Bote, du wirst bereit sein, die größte Chance, dass es nicht etwas gegen die Dependenz ist. Auch wenn dein Vater und deine Mutter wollen, dass sie beim Bote schon selbst wollen. Dels Rest, diese Soluzion, nicht nur für den Alkohol, sondern auch für eine große Dependenz. Und hey! Wenn du die Impression hast, wenn du deine Mutter oder deine Mutter fühlst dich nicht, dann kannst du dich nicht. Du bist nicht die Schuld. Diese Krankheit, mit einer Fisch-Komplexe, gibt es viele Motive. Ja? Die Weg zu einer Dependenz ist nicht einfach. Ein Beispiel. Aber ... Wiver ... ... con una Dependenzionero. Ma ci ci rische, de ferquish pass, de venta de la Dependenza, quello ha la chance, de poder wiver una vite in libertet. Ein bones Beispiel per quello es Fabian Florin de Cuire. ... ... ... ... ... ... ... ... ... in einer Zelle der Queeren wählen. Er konsumiert Drogen, und er verwendet die Drogen. In einem weitertrennten Gewinner von Drogen sind wir, und sie wird schon in den Projekten hören. Finde die Worte, sie hat geliefert. Ich war dort wirklich an einem Tiefpunkt in meinem Leben. Ich hatte dort auch gar keine Lust mehr zum grossleben. Ich wurde dann verhaftet in der U-Haft. Ich wusste, ich muss eine dreieinhalbjährige Gefängnisstrafe absitzen. Ersatzweise hat man mir dann aber die Möglichkeit gegeben, eine Therapie zu machen. Es war so gemischt. Irgendwo in mir drin wusste ich, das ist nicht dein Leben. Es gibt einfach nur etwas anderes. Ich habe dann auch eine hoffene Hoffnung gesehen, dass es das vielleicht verändern könnte. Er lässt sich die Affäre in der Therapie. Ein solcher Drogen trefft der Wendel als Drogen. Im Moment. Der Entzug war sehr böse. Ich konnte fast zwei Monate nicht schlafen. Ja, die ganzen Gefühle kommen für mich. Man denkt ständig an's Aufgeben. Man will nicht mehr. Es ist körperlich. Es tut weh. Der Körper ist total aus dem Gleichgewicht. Du studierst und denkst und willst nicht da sein. Möchtest du auf die Strasse? Möchtest du wieder Drogen konsumieren? Dass das Leiden, dass die Schmerzen endlich einmal aufhören? Mann, er lässt mich nicht dreißen. Fabian hat schon zu einem Wasser sein Wissen. Und dann hat er das Gefühl, wie er will, auf dem Graffitis machen. Er war erst, wenn er es legal war. Er war hier, in der Untertitel der Therapie. Hier war er, und er war für Glück, in diesem Leben so gut. Er war sehr gut, wenn er es in der Graffitis war. Und er war auch in der Atelier. als ich die Kuhige rauskriege. Repressant bleu, Bé! T'ak-tiète, 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 t'ak-tiète. Bein, aus dem Namen der Tisch, als er von Graffitis im Bodenbrot tut, soll er sein. Ich bin einer der reichsten Menschen auf der Welt. Ich komme von unter der Brücke, habe in die Tiefgarage geschlafen und bin jetzt Besitzer von so einem schönen, geilen Atelier. Ich kann machen, was ich will, bin kreativ, kann mich verwirklichen. Das ist so der Sechser im Lotto schon zehnmal gewonnen. Fabien, auf Attil Pascogaschus. Ich glaube, in Avance, in Vitae, in Libertéte. T'ak-tiète, t'ak-tiète. T'ak-tiète, 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 t'ak-tiète. Sagen sie Drogaschus, man kann Jerschus Graffitis. Leipzig- Das ist eine Blattbarbe, die Fabian gemacht hat. Aber in meiner Meinung ist es einfach, dass man den Spickel aus der Brüche verletzt hat. Wenn man sich in der Brüche verletzt, kann man sich in der Brüche in der Brüche verletzt. In welchen Regen sehe ich dir eine schöne Zeit, Rest der Sam, Rest der Kleine, ich finde mein Wort. Tschüss!